Ja, Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Auto-Video auf meinem Kanal. Ein kleines Gewitterchen, Frau Kräuter, bei meinen Kumpels unterwegs. Ja, es ist 23 Uhr. Ja, ein paar um 30 Uhr. Ja, mitten hier in dem Ort. Leider nur mit dem Handy heute. Ein ganz kurzes Video. Mal gucken, was wir sehen. Die große Kamera habe ich heute nicht mit. Das Video hat ein paar Katzen drin. Mal die andere Richtung zur Bushaltestelle. Ich fahre quasi auf dem Bus. Da war noch eine kleine Stunde Fahrt von mir. Da gucken wir, wie ich unterwegs bin und noch ein schönes Gewitter mit aufnehmen kann mit dem Handy. Wenn ich umsteigen muss. Das ist aber dann knapp 25 Minuten später, wenn ich es aufnehme. Also wieder größerer Zeitraum quasi. Im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man das hier hört, ein Feuchtkonzert. Ja Leute, ich bin ja am Umstiegspunkt. Ja, hier im Tal, das schüttelt wie Sau, wo dort oben auf dem Berg was gar nicht los war. Hier im Hintergrund, das blaue ist das blaue Wunder. Ein bisschen erkennbar hier. Ja. Ja, mitten in der Stadt. Hier geht es doch mal los. Da laufen Feuerwehrautos unterwegs. Ja, ich hoffe, dass es nicht weiter passiert. Ja Leute, ich bin jetzt ins Haus angekommen. Ich bin mittlerweile kurz nach eins nachts. Ja, ich weiß nicht mehr, dass wir doch in Klamotten anziehen. Weil die Hose war doch etwas nass geworden, weil ich halt in den anderen. Die waren doch schlicht imprägniert, das habe ich schon gegessen. Ja, das Regenkarren auf dem Rucksack hat gehalten. Ja, aber die Jacke ist ein bisschen nass geworden an der Erne. Ja, das Gewitter ist noch kräftig weiter im Tal bei uns in der Stadt. Sie ist kräftig, das geht. Also wieder ein Zusammenschnitt von allen Hüttelnwesen. Ich weiß nicht, ob hier noch ein Blitz hin kommt. Das wird nämlich meistens dann, wenn ich gerade Pause drücke. Ja, aber gut, der Blitz. Ja, ich würde sagen, damit möchte ich mich für den nächtlichen Gewitter hier verabschieden. Danke an alle Abonnenten, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.